Liebe Kinder, beim letzten Spong-Stream-Special haben wir viele Beschwerdenbriefe bekommen. Viele haben sich beschwert, dass der Spong-Stream gar nicht vorkommen ist. Deswegen haben wir ein neues Spong-Stream-Special gemacht. Das reale Spong-Stream-Special. Viel Spass, liebe Kinder! Ich kann die rauslücken, komm! Du die gut heben an den Finger und dann du die rauslücken. Komm, du die heben, mit dem anderen Hang auch. So, komm, gut heben. Ja, Reiki! Ich hab gesagt, du sollst die gut heben! Zuerst heult er mir, weil es ihn wieder von einem Hegugring erreicht hat, wo ich ihm genau gesagt habe, dass das von Anfang an sein kann. Dann will er rausgehen, dann sage ich, gut, hätt ich gut an den Fingern und dann lässt er sich von halb oben fallen fallen. Letztens auf Facebook hab ich wieder gesagt, gebt mir beste Witze von egal welchem Thema ihr habt. Aber es ist nur Scheisse reinkommen. Auf Beerdigung sind bessere Witze erzählt worden. Deswegen gibt's jetzt die beschissenste Witze. Obwohl du keine Katzen hast, kauf deine Mutter Katzenfutteraktion, weil sie denkt, es ist Thunfisch. Florian, what the fuck? Chuck Norris hat einmal russisches Roulette mit einem komplett geladenen Revolver gespielt und gewonnen. Chuck Norris suckt! Ja, hast du gehört mehr, Rita, he? Langsam schiesst mich wirklich mit dir an, Mann, Blocher. Du bist ein guter Gegner. Aber jetzt ist er fertig mit dem Seuss, Eichsplutim. Ich werde dich und deine ganze Sippe ausschaffen. Hm. Jetzt zeig ich dir meine Anti-Ausschaffungstechnik. Noooonenn! Samperlurt! Er ist brutal getrainiert wie eine Maschine! Traktor, Panzer, Verschlag! Ich will eine schöne Kampf zum Werden! Chief, Mann! Alle Balkan-Technik hier einer vereint! Jetzt geht voll ab, Mann! Ein Mann und eine Frau lernen sie in der Disco kennen. Hey! Flirten heftig miteinander und nach einer Stunde... Hey! Wer hat dir gesagt, du dürftest scheissvoll... So... Sie kennen mich ja bereits aus dem Ausschaffungskommando. Sektion Seerucke. Was läuft? Ja, jetzt tun wir ein wenig miteinander bladern, oder? Das mal geht's aber sicher nicht um Sie. Herr Zuckitsch, es geht um einen gewissen Herr Osman, den haben Sie bestimmt schon beim Vorlo im Fernsehen gesehen. Nein, Mann! Herr Zuckitsch, Sie wollen mir doch nicht erzählen, Sie kennen die Sendung mit dem Vorlo, nicht mit den Pistolen-Schüssen und den Granaten-Splitter. Hör zu, Mann! Also das, was ich gerade hier abziehe, das ist ja wohl die größte Affickerei, Mann! Ich kenne den Osman nicht, ich weiss nicht, wer ich ist, und jetzt verpiss dich, Mann! In diesem Fall gehen wir doch rüber zu Plan B! Das werde ich nicht zulassen, Sputim! Ich bin der allmächtige Blocher! Die Rassemischung werde ich nicht zulassen! Ich werde euch alle ausschaffen! Alle Juden! Die ganzen Neger! Und die scheiss Jugos! Und du bist der Erste, der ausgeschafft wird, Sputim! Was hat Blocher vor? Wird Sputim es schaffen im Siegen? Das alles, siehst du in der nächsten Folge vor? Fist auf dem Balkan Star!